Hallo, Aik hier. Eigentlich wollte ich noch in der heutigen Sendung etwas sagen, aber der Inhalt der Sendung und die Länge hat es mich vergessen lassen und es hat mit dem Inhalt dieser expliziten Sendung nichts zu tun gehabt. Diesen Monat findet ein spezieller Tag statt. Naja, nicht wirklich speziell, aber vielleicht interessant. Und zwar geht es um den 20. Mai, der Everybody Draw Mahomet Day. Und ich rufe jeden dazu auf, dass er da mitmacht. Vielleicht aus Trotz, aus kindischem Trotz, aber vor allem um der Zensur, der generellen Zensur und einer Mundtotmachung von hauptsächlich radikalen und beschränkten Muslimen entgegenzuwirken. Um denen einfach zu zeigen, mit uns geht das so nicht. Wie letztes Jahr werde ich selber in der Sendung live auch wieder einen Mohamed zeichnen. Letztes Jahr kann man nicht so gelungen, aber das war ja nicht das Ziel, dass der schön aussieht, sondern es geht um den Akt. Und diesmal rufe ich jeden ein bisschen frühzeitig hoffentlich auf, mir Sendungen zuzuschicken. Völlig anonym wird das gehandhabt, sprich ich werde nur die Einsendungen, also die Zeichnungen oder Animationen oder Grafiken, was auch immer, zeigen. Halte das so gut, es geht natürlich jugendfrei. Ich will nicht, dass da YouTube mir den Kanal dann mit einem Community-Richtlinienverstoss behaftet und den Kanal wieder ein bisschen unnötig zerstört. Die E-Mail ist eingeblendet, einfach da hinzuschicken und dann wird das gezeigt. Es sei denn, wie gesagt, es ist zu jugendunfreundlich. Wenn ihr allerdings den Drang habt, unbedingt etwas nicht-jugendfreies zu zeichnen, wird das einfach auf der Homepage hochladen, da kann sich jeder herunterladen. Aber es wäre ja sinnvoller, wenn man es einfach präsentieren kann. Danke und tschüss. Danke und tschüss.